Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy X. Beim letzten Mal sind wir im Wald von Makalania angekommen, haben Gutpunkte wettgemacht, haben jetzt kein Ziff und Schlaf gefunden. Wer bist du? Prima Simor erwartet euch. Begebt euch umgehend zum Temple Makalania. Äh, umgehend auf Umwegen würde ich mal sagen. Spezial-Clone. Eye Potion. Ähm. Ja, wir nehmen Waka und knipsen erstmal eins dieser Fliegedinger aus. Oh. Gut, wir knipsen keins dieser Fliegedinger aus. So muss noch nicht. Jetzt. Hoho. Ja sicher. Ein Gegner mit 360 Lebenspunkten wird einfach mal mit, äh, 1400 umgeknallt. So, Lulu holen wir gleich wieder rein. Keine Sorge. Musst du nur mal eben, jeden von denen hier durchspielen. Ne, wir vernichten das Fliegeding. Gibt ja mehr Punkte. Ich meine von den Mana Punkten her, kann ich mir auch leisten. Oran habe ich immer noch nicht die extra so umgestellt, oder? Nein. Schön. Man muss jetzt dran denken, Oran umzustellen. Genau, Tidus. Mach das, was du am besten kannst und denk einfach gar nicht. Äh, Ekstase. Ich habe nichts gegen Tidus. Er ist nur manchmal nicht sehr helle. Also, Walker ist so der Dämlichste aus der Gruppe. Aber ich finde, direkt danach kommt Tidus. Yuna ist nicht dämlich. Yuna ist nur naiv. Aber das hatte Lulu ja auch schon gesagt. Dass Yuna ziemlich naiv ist. Naja, wohin soll ich mich sonst fokussen? Oi. Oi. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der Einzige, die Schaden macht, Lulu ist. Von Idioten umzängelt. Riku. Klaut hier mal eine High Potion. Wozu brauche ich eine High Potion? So, jetzt muss ich erst mal Oran heilen. Jawoll. Oran muss ja erst mal blocken, weil er sonst nichts mehr getan hat im Kampf hier. Ich hatte jetzt die Wahl. Entweder greife ich Walker an, oder... Ach, Yuna hat nichts bekommen, weil sie versteinert war. Natürlich. Entweder greife ich mit Walker an, war mein Gedanke, oder ich vernichte das Viech und lasse Walker raus. Wo der Yuna ja sowieso nichts bekommen hat, war die Überlegung gerade auch ziemlich irrelevant. Never mind. Schönen Lebenspunkte auf Tilos zu haben. Uh, Gemach ist ein schöner Zauber. Das ist bitte rauben, oder? Ne, Almosen. Oh, Almosen ist... Almosen ist vom Gedanken her ganz witzig. Ich nehme meine Gil und bewerbe Gegner damit. Ist das vom Gedanken her ganz witzig, nur leider ist es auch ziemlich nutzlos, weil der Schadensoutput einfach Null ist. Also, wäre der Schadensoutput höher, könnte man sagen, okay, man nutzt es, aber der ist einfach mal echt nicht vorn. Deswegen, ja, deswegen finde ich Rico auch so ein bisschen nutzlos. Weil ihre Fähigkeiten, alles was sie kann, ist im Prinzip ganz interessant. Das Blöde ist, dass man hat nur einfach keinen effektiven Nutzen. Deswegen bringe ich Rico so ein bisschen in die Richtung Zauberei. Also, ich bringe sie in Richtung Schwarzmagie, ähnlich wie Lulu. Ähm. Damit sie halt wirklich auch mal Nutzen haben. Als Schwarzmagierin kann man sie schon gebrauchen, finde ich. Okay, Mario hat jetzt auch schon, das ist schön. Ja, als Schwarzmagierin taugt sie tatsächlich ein bisschen. Ja, gut, es war abzusehen, dass der nicht trifft. Fischschuppe. Oh. Ach, kommt, Leute. Eigentlich müsste ich im Wald von Makalania auch noch grinden. Ich sehe keine Schwierigkeiten. Halt, warte mal, jetzt muss ich mit ihr noch was tun. Ha, benutzen. erst mal eine Handgranate. Jo, der hat ein bisschen gezündet. Ich meine, wir vernichten unsere Gegner jetzt nicht mehr mit unseren Zaubern. Das ist schwach. Das ist eine schwache Leistung. Sie, haben Sie gesehen Donna? Donna? Ich kann nicht sagen, dass ich es habe. Was ist passiert? Wir haben uns hier verabschiedet. Dramatisch! Ich muss sie finden! Entschuldigung. Aber wenn etwas passiert mit ihr... Ruhig in einer Panik wird nicht helfen. Jetzt müssen Sie ruhig sein und suchen. Fortschritte! Schau dir deine Emotionen, dann schau dir deine Summoner. Du hast recht. Schau dir? Nein, ich habe genug Zeit genommen. Danke, Herr Aran. Was ist passiert? Oh, ich wollte ihm nur guten Glück wünschen. Ich kenne doch Barthello auch, oder? Ich glaube, irgendwas war mit den beiden. Ich würde mit Riku ganz gerne mal Sphäroiden benutzen. Kann ich das machen? Nee, kann ich nicht. Okay. Nevermind, dann wird sie ausgetauscht. Ich benutze meine Ekstase-Fähigkeiten gerade auch bewusst nicht. Weil es kommt noch ein spezieller Kampf, der anstrengend ist. Ich weiß nicht, ob der jetzt demnächst kommt, oder wann der kommt. Er wird kommen, ich weiß das. Die Frage ist nur wann. Und da wäre es ganz praktisch, meine ganzen Ekstase-Fähigkeiten abzuhaben. Umso einfacher wird der Kampf, wenn ich ihm dann sieben Ekstasen rein drücken kann. Aber ich glaube, der Kampf kommt demnächst, deswegen gebe ich meine Ekstasen noch nicht aus. Sondern behalte sie bei mir. Um sie dann eben zu zünden. Ah, warte mal. Ich hätte es nicht besser sagen können. Kann ich dir noch was zocken? Nee. Erstmal magiebrech auf dich. Dann beklau ich dich mal. Und guckt euch jetzt mal rechts unsere Leiste an. Wer alles dran ist. Aber noch Waka. Ja, Oran darf auch so mal angreifen. Kann man noch Lulu. Und jetzt hätte ich gerne stärkere Zauber. Ah, warte mal. Ah, warte mal. Ich sollte Tidus nehmen, weil Tidus hat seine Ekstase noch nicht voll. Meine Tidus macht zwar null Schaden. Aber so kriege ich wenigstens eine Ekstase Leiste gesteigert. Schlaf dahin, mein Kind. Schlaf dahin, mein Kind. Ich hätte auch meine Bestie nehmen können, um den Gegner zu vernichten. Aber auch die hätte ich gerne mit vollem Leben in dem Sonderkampf später. So. Das ist mehr Kraft für alle. Blindschock. Oh, Blindschock ist auch schön. Schockzauber. Äh, dauern zwar nur eine Runde an. Vom... Ähm... De-Buff-Hear auf Gegner. Aber dafür sind die eigentlich mit 100% Garantie. Wir heilen auch mal wieder alle. Oh nein, das Spiel. Hm. Chmutterlingsjagd in Makalaniar-Wald. Wenn man den vielfarningen Schmetterling berührt, erscheinen viele rote und blaue Schmetterlinge. Äh... Die roten Schmetterlinge rufen bei Böhrungen starke Monster bei, doch sieben blaue Schmetterlinge. Nach einer bestimmten Zeit verschwinden die Schmetterlinge, es gilt also den roten auszuweichen und die blauen zu fangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jawoll! Wir lassen uns die Zeit einfach mal durchlaufen. 1 P-Spharoid? 1 P-Spharoid? Hä? Wart immer. Was ist das? 7 Schmetterlinge mehr sollte man empfangen. Hä? Warte mal. Die Schmetterlingsjagd hat was mit den Solaris-Waffen zu tun. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Äh, Waffen des Solaris. Ich glaub, das war bei Kimari. Nee? Mmh. Monster von Die Hennstraße. Wiener. Marstrand bis Seid. Maraska, Chocobel. Kaktor, Gäste, Lippo. Waren für Kaktorenzeitgäste, ist das eine hier, Gäste, Gäste. Ja, Mittagswunnen, Luftschiff, Timo, Hattoga, Estrella. Hm, manche, schön. So, das Timo. Keimer Stunt, manche Stunt eben. Okay, dann habe ich mich vertan. Ich dachte, hierfür gibt es eine Solaris-Marke. Oder einen Siegel. Na gut, einen MP-Spheroid nehme ich natürlich auch. Der verwandelt halt ein leeres Feld in ein MP-Feld. Ui. Du bist Eisrad, dann kannst du Eisrad haben. Und das war nicht vernichtet. Und Waka haut jetzt hoffentlich einen Crit raus. Ah, Waka ist auch so stark genug mittlerweile. Sehr schön. Allheilmittel. Okay, und das ist der letzte Kampf der heutigen Folge. Ah, ich hätte vielleicht extra's machen können. Nevermind. Aber wenigstens ein Gegner weniger. Aua. Ja, das tut schon ein bisschen weh. So, Tito's darf auch nicht heißen. Ach, Bruderherz macht Wasserschaden. Also es ist gut, dass es Wasserschaden macht. Ähm, dadurch. Also Bruderherz kriegt ja nach und nach seine Fähigkeiten. Nur in dem Fall ist es jetzt ungünstig, damit Wassergegner zu eilen. 14, 28, Schaden. Und wenn man das ist. Ha, mir ist gerade Discord abgekackt. Eventuell bin ich auch gerade allgemein aus dem Internet geflogen. Kann ich ja gleich mal überprüfen. Ich meine, die Folge ist jetzt vorbei. Na gut, wir gehen nochmal aus Sphärobrett. Und dann ist die Folge vorbei. So. Shell. Shell ist schon mal schön. Und dann heile ich auch nochmal alle mit Juna. Und Kimari hat ebenfalls Zorn erlernt. Das musste natürlich auch noch eingestellt werden. Gut. Und damit bedanke ich mich bei euch. Entschuldigung für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Und ciao, ciao. Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy 10. Auron ist versteinert. Erstmal Juna reinholen. Äh, Medica. Medica da. Ui. Juna braucht ganz dringend Mana. Ah, doch. Nicht angreifen. Gut, einer weniger. Hm. Dann klauen wir dich. Eine Goldnadel. Schön. Waka kann da drüben mal einmal angreifen. Dann darf Titus sich mal verteidigen. Und Lulu macht den Rest. 18 Lebenspunkte hat er noch. LoL. Jetzt muss ich mal eben zu Discord schauen. Ich glaube, da schreibt mich gerade einer an, mit dem ich seit Wochen nicht mehr geschrieben habe. Tatsache. Das kam gerade sehr überraschend. Ach, muss Juna jedes Mal jetzt Medica einsetzen. Ich habe gleich keinen Mana mehr mit dir. So, erstmal ein bisschen Dragonik. Dann heile ich mich auch. Es ist erstmal wichtiger, dass das Ding weg ist. Das Ding greife ich so mal an. Mit Titus kann ich mal den Panzer angreifen. Dann tut Titus auch mal was für seine Ekstase. Dann ist das weg. Bei meinen anderen können sie nicht gut ausweichen. Der Panzer ist ja ziemlich, ähm, langsam. Jetzt muss ich Discord am Handy aufmachen. Discord. Ähm. Weil ich will jetzt nicht immer raus tappen. Ähm. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ah, ne, in die roten will ich da nicht reinlaufen. Dafür hab ich mit diversen Charakteren zu wenig Leben. Uh, speichern! Sehr schön. Na gut, dann ist ein guter Freund von mir, der mich gerade angeschrieben hat. Wende ich das an der Stelle und schneide es noch mal ran und bedanke mich an der Stelle schon mal wieder bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und tschau tschau! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020